Liebe Mitchristen, wegen Corona ist dieses Ostern anders. Es heißt, daheim bleiben, Abstand halten, sich und andere schützen. Manche bangen um kranke Angehörige und Freunde, ums Auskommen, um den Arbeitsplatz. Das Töne wie der heilige Halle des Exultes fällt spärlich aus, weil die Kirche fast leer ist. Und trotzdem haben wir die neue Osterkerze angezündet und sie in die dunkle Kirche hineingetragen. Und viele von ihnen haben daheim die Osterkerze angezündet, sodass sich das Licht des Auferstandenen bereits verteilt hat. So wie die warmen Sonnenstrahlen in diesen Frühlingstagen die Natur erblühen lassen, so will das Leuchten des Auferstandenen alle erleuchten, wärmen und verwandeln, die in das Licht der Osterkerze schauen. Ich möchte Sie einladen, unsere neue Osterkerze ein wenig zu betrachten. Sie veranschaulicht im Bild des himmlischen Jerusalem die Hoffnung, die wir Christen an Ostern feiern. Ganz unten, gleichsam außerhalb des Bildes, ist das Alpha. Der Ursprung Jesu des Erlösers, er liegt in längst vergangenen Tagen, in den Tagen der Vorzeit, in Gottes Ewigkeit. Ja, der ewige Sohn Gottes ist vom Himmel herabgestiegen, Mensch geworden, damit keine Zeit, kein menschlicher Abgrund mehr gottlos sein muss. Er kam wirklich als das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Unsere Osterkerze zeigt den Horizont. Mit Jesus wurden alle Grenzen und Horizonte menschlichen Daseins aufgerichtet auf den Himmel hin. Die Jahreszahl 2020 ist ganz im Dunkeln. Sinnbild der Krise, in der sich unsere Welt aufgrund der Corona-Pandemie befindet. Das Kreuz Jesu auf der Osterkerze besteht ganz bewusst aus lauter kleinen Plättchen. Es umschließt gleichsam die Leiden, die Nöte, die Sorgen, ja den Tod aller Menschen, die je gelebt haben und leben werden. Das Kreuz, es ragt hinunter in die Finsternis und zugleich hinein in den Himmel. Es ist die Leiter, auf der man steigt zum Leben. Die fünf Wundmale sind bereits ein wenig vergoldet. Wer sich mit den eigenen Wunden, in den Wunden Jesu birgt, für den werden sie zu Himmelspforten. Die Offenbarung des Johannes beschreibt dieses himmlische Jerusalem als eine Stadt mit zwölf Toren. Wir sehen die zwölf Tore in der Osterkerze. Und auf diesen zwölf Toren, so die Offenbarung des Johannes, stehen die Namen der zwölf Stämme Israels. Diese zwölf Stämme Israels sind Vorausbild für das Volk des neuen Bundes, das Jesus in den zwölf Aposteln sammelt. Gerade in der jetzigen Krisenzeit, wo so manche Türen verschlossen bleiben müssen, sind die offenen Tore der himmlischen Stadt Zeichen der Hoffnung, dass sich eines Tages die Türen wieder öffnen werden, dass Menschen untereinander, aber auch Gott und Mensch wieder neu begegnen werden. Wir alle wissen, es tut gut, wenn man in die Fremde kommt und erlebt, dass seinem Türen und Herzen offen stehen. An Ostern feiern wir den offenen Himmel. Die durch Schuld und Tod verschlossenen Türen können zu Pforten neuen Lebens werden, wenn wir uns einlassen auf die Liebesmacht des Auferstandenen. Die zwölf Tore, sie stehen für die ganze Welt, für alle Menschen, für die Christus gestorben und auferstanden ist. Und Kirche, deren Urbild die Gemeinschaft der Zwölf um Jesus ist, hat den Auftrag, diese frohe Botschaft in die Herzen der Menschen zu bringen. Die kirchlichen Grundvollzüge, Gottesdienst, Glaubenszeugnis und Nächstenliebe sind darauf angelegt, dass Menschen mit dem Licht des Auferstandenen in Berührung kommen, verwandelt, ja erlöst werden. Die Mitte des himmlischen Jerusalems, gleichsam ihr Tempel, ist kein Gebäude aus Stein mehr, keine Institution, sondern das Lamm, Gott, die Liebe in Person. Das Lamm ist die Sonne, die Leuchte dieser himmlischen Stadt. In diesem Lamm, das für uns geopfert wurde und auferstanden ist, kann alles zum Guten geführt, ja vollendet werden. Um dieses Lamm herum sehen Sie das Omega, den letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes, der hinweist auf die Vollendung, auf die erlösende Vollendung in Christus. Auf diese Vollendung hin ist alles geschaffen. Diese Vollendung will als Hoffnung leuchten, neben und über allen Schatten unseres Weges. Lassen wir uns neu erleuchten und anstrahlen vom Licht des Auferstandenen. Trauen wir seiner unglaublichen Macht. Möge das Licht seiner Gegenwart uns allen Mut, Hoffnung, Trost und Zuversicht schenken und österliche Freude jetzt unsere Herzen erfüllen. Amen.